hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge ultimate chicken horse mit dem philip hallo wir haben letzte folge hier übrigens genug beim wasserfall und dabei eine neue map freigeschalten das ist die pyramide äh nur mit dem besuchen Prozent so gut ich glaube die Katze bewegt sich die Sphinx die Stich die Sphinx Ah, Philipp wird gleich drauf gehen. Oder auch nicht. Philipp wird gleich was? Ich bin zwar noch Zetteliges Kleid draufgegangen. Nein! Müssen wir erst mal hier haben. Hm. Oh. Bei mir ist die Münze jetzt schon wieder da. Bei mir nicht. Bei mir schon. Bei mir ist die Münze dort, wo ich gestorben bin. Ey, ich sprinte! Versuch mal, Schiff. Schiff. Aber probier ich da jetzt mal. Weil das war eine Kehspinden, was du gemacht hast. Ne, ist mir auch aufgefallen, deswegen ja. Ja, stimmt. Shift. Uh. Oh, oh. Au. Ja, au. So. Der hat sich auf mich drauf gesetzt. Der hat Platz gemacht. Ja, hast du das auch? Ja, da ist schon eine Münze. Finde ich cool. Bei mir sind jetzt zwei Münzen. Genau. Nein! Boah, Start. Fack auf. Ja. Also, es gibt bloß irgendwie voll einfach. Hä, wo machst du zwei Münzen? Ja, wo machst du zwei Münzen? Ja, weil da zwei Münzen waren. Bei mir war da nur eine. Kann ich vom Bug dein Spiel. Bei mir, bei mir ist da immer noch eine Münze. Bei mir ist doch keine. What the fuck? Du bist für Rhythmum. Gar nichts. Du hast gewonnen. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Ey, jetzt sind wir noch zehn Minuten für eine Runde gefahren und jetzt sind wir noch vier Minuten im Schluss. Das klingt mir so viel langweilig. Ja, ne? Waren wir noch in der... Irgendwie hab ich Bock auf... Fragezeichen? Nö. Was ist das? Auf Form. Wir können aber noch mal hier unten hier reingehen, den Kerl auch. Naja, musst du aber manuell hinzufügen, ne? Haben wir ja nicht. Wer hat mir letztens noch irgendwas anderes gespült, ne? Äh, ja, weil ich die hier vorausgewählt hatte. Ach, die Ausführung, ne? Ich hatte da hier mir ein bisschen was rausgesucht. Und... Das ist dann mal eingespeichert und wo man dann, äh, wo ich dann den Host gemacht habe, ist das dann, äh, mit dabei gewesen. Ah. Da du aber heute Host bist, ist das nicht dabei. Wo man Host... Ach, in die Form ist ja lustig mit den grüppchen Schredderauf. Genau. Das war meine Absicht. Da kann geschreddert werden. Geschreddert. Äh, zu einfach? Noch einfach, ja. Noch ist es einfach. Ja. 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 Das war nicht so schlau, eigentlich. Gold. Alter, was ist mit dir passiert? Was hast du gemacht? Ich muss das noch ein bisschen hinbekommen mit Shift. Sag mal. Ja. 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 Jetzt habe ich auch noch eine fünfte Taste, die ich hier benehmen muss. Was? Ja. Was ist mit dem Finger oder? Sechste Taste. Fack auf! Ja, hilf. Willst du ernsthaft? Ja. Hast du das Ding dort weggemacht? Ja, ich habe das Ding, das Ding weggemacht. Warum das denn? Ja, damit die Pfeine auf den Fuß kommen. Tu die Treppe mal an, dass das Ding ran hat. Das ist Honig. Das wird jetzt lustig. Geht nur. Hey, du bist bei mir voll den Pfeil rein. Hey, drehen wir noch. Nein! Alter, du hast bei mir ein bisschen Desink. Ja, tu bei mir auch. Alter, ich habe wieder den Farb gewährt. Was für ein Desink hast du? Krass. Du fällst bei mir immer auf den Traktor runter, ist das normal? Ja. Da müssen wir ja voll gerade den Häcksler. Ne, ha? Doch! Ist die Münze dann da aus, die weg? Ne, die ist nur unten. Die bleibt jetzt doch nur die. Ich glaube, wenn du die hingesetzt hast, kommt die wieder hin. Ah. Ja, das hat mir weggefallen. Das ist noch zu schwer alles. Du musst auch mal Punkte machen. Du blockierst schön die Pfeile, das finde ich gut. Ne, 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 ne. Auf den Münzpunkt, den kann man dir auch lassen. Du hättest es auch dort auf den Kleber machen können. Ach, wieder im falschen Moment. Ups. Das ausschaut. Ich wollte das nicht beschreiben. Das könnte jetzt lustig werden. Angst. Angst, Mama. Ich will hier nicht weg. Angst. Ich hab's verwischt, Cedric. Ich bin tot. Nicht mehr quick lebendig, sondern tot, 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 tot müde. Nein! Doch. Wie viele Runden haben wir noch? So drei wahrscheinlich, oder? Ne. Das hast du erst so viel beobachtet, das Ganze, ne? Ja, ist klar, ist klar, ist klar. Ohoho. Das war knapp. Ach ne, das ist nicht dein Ernst. Ich verholt, mein Freundchen. Ich verholt, ich verholt. Ohoho. Ha, was machst du denn bei mir? Du hängst, du hängst Papierfall im Hausdach drin. Jetzt nicht mehr. Weil's die Münzen haben, ne? Ne, ich wollte eigentlich... Ich wollte... Ne. Sag ich mir, was ich wollte. hier. Nein! Also, ich muss doch bloß noch einmal ankommen. Naja, nicht nur einmal. Jetzt noch zweimal. Oh Mann! Oh Mann! Deine Ernst! Was?! Oh! Okay, letzte Runde. Ich meine, der Versuch muss es funktionieren. Ich weiß nicht, was ich mir heute denke. Und jetzt kann das das generell funktionieren, was ich mir heute denke. Ah, Mann! Mann, 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 Mann! Mann, 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 Mann! Okay, ist das die letzte Runde gewesen? Ja. Also kann ich ja auf alles gehen. Das ist ein Affelstücken. Scheiße! Das ist ein Affelstücken. Das ist ein Affelstücken. Ich wollte jetzt schnell runterlaufen. Im Gegensatz, wo ich gerade runtergefallen bin, da waren zwei Minzen drin. Trimm dich, du... ...du ultimatives Eicherschen. Immer die Kniescheibe. Immer zwölf Minuten haben wir zwei Runden gespielt. Ja, machen wir noch? Oder... Machen wir noch Pyramiden? Okay. Ja. Dazu erinnert, wenn wir gegessen haben. Das stimmt. Oh, guck mal, Münzen. ... ... ... ... ... ... ... ... Was ist denn das eigentlich für Dinosaurer oder für den Golfbäumen? Na, das ist ja irgendwie so eine Golfkarte, wo wir ja gerade sind und das ist Loch 3. Hätte ich mal ein bisschen herausfordern, ja. Was hast du denn hier unten reingesetzt? Nur die lustigen Sachen, Patrick. Das hat er auch noch einen Fallenpunkt bekommen. några Oh, oh, oh. Ne 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 Ich bin bis jetzt fast jedes Mal angekommen Ne ich bin jedes Mal angekommen Aha Hier Hm Woop 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 Machst du das denn? Oh, altes geht nicht Mach nur lustige Socken Oh, verdammt Oh, verdammt Oh, verdammt Ja, ich bin jetzt nicht mehr Ich bin jetzt nicht mehr Ich bin jetzt nicht mehr Punkte bekommen. Was hab ich denn jetzt? Keine Ahnung. Geil, jetzt kommen wir nicht mehr an, das willst du schon, ne? Doch. What the fuck, das kann ich nicht. Uuuuh, für ne Scheiße. Das nennt sich natürliche Selektion. Ah ja, du natürliche Selektion. Bam. Bam. Jetzt kann ich das ja. Ha, ha, ha. Oh, oh, oh. Jetzt kann man doch nicht reinsetzen. Fuck off. Fuck off. Haha. Oh, ich hätt... Ich hätt aber das Ding zwar anders hingesetzt, ne? Gibt es nur mit dem Richtigkeit hier dann bitte durch. Ey, das ist nicht... Warte mal, ich will mal was wissen. Warum kann der doch durch? Das weiß ich nicht. Warum? Ist ja egal, da oben raus musst du zu besuchen. Fuck off. Ich könnte ausflippen. Warum funktioniert das bei dir und bei mir nicht, wenn du das setzt? Was? Das hat auch funktioniert, Cedric. Aber bei mir fohlen es ja nicht. Das war die Geisteraktion aller Zeiten. Alter, ich kann die Münze nicht aufsammeln. Was ist denn das? Was? Ich steh... Ich steh hier. Fuck off. Ne, 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 ne. Ich bin grad schon wieder in meiner Fuck off-Phase. Ich sag das viel zu oft. Fuck off. Ja. Ja. Ich bin so ein Spielverderber, ja? Du wirst da oben niemals rauskommen. Oh, wird er. So, das ist scheiße. Warte, bis das wird er wo unten ist. Nein! habe ich jetzt mehr punkte als du kannst du meinen bügel runterrutschen noch drei runden noch so ich habe gedacht du hast jetzt gewonnen da muss ich aber aufholen du machst dir das selbst leben schwer so lange du da ankommst das muss ich Leute du brauchst du sie ein Kündig dann habe ich gewonnen und das ist das Ziel des Ganzen da kommt das kann man schaffen ich glaube nicht wir erhöhen das partyvolumen wer hat es geschafft hat kann ich auch stoppen du stehst mir im weg fuck der hat es geschafft warum schafft der das du hast mir das vorgemacht du hast es für uns geschafft dein ernst da komme ich noch niemals raus Philipp wir haben sich die gewünschte musik alles kann eigentlich doch nur die anzeige rechnung das kornel aber es hat mich irgendwie so nur mich angestellt die folge passiert viel dank des nächsten mal ihr philips oder sind erst mal rein ins fernsehen ciao bis zum nächsten mal